Am Anfang haben wir gedacht, wir ziehen hier mit 15 Mann und Bollerwagen durch die Gegend. Das freut mich natürlich, dass es dann jetzt so voll geworden ist. Es freut mich ja auch, dass die Bundesregierung vorläufig Akta nicht unterzeichnen möchte, aber vorläufig ist eben nur vorläufig. Von daher finde ich das gut, dass so viele Menschen und so viele Gruppierungen hier auf die Straße gegangen sind, dass das bis jetzt alles auch glimpflich und easy abgelaufen ist und freue mich jetzt auf ein paar schöne Reden.